Leute von heute, was geht? Ich hätte niemals gedacht, dass ich so ein Video machen muss, um mich recht zu fertigen. Was ich mache, was ich kaufe oder wofür ich mein Geld ausgebe, hätte ich niemals gedacht. Aber leider müssen wir hier mal ein ernstes Thema ansprechen anscheinend. Und zwar geht es um die Vorwürfe gegen EA, gegen Star Wars Battlefront 2 und dem angeblichen Pay-to-Win-System, den einige Leute aufgeschnappt haben und sofort einigen Leuten glauben. So Leute, erstmal zum Markt. Erstmal zu mir selber. Ich zocke seit 20 Jahren, seit ich 7 bin, zocke ich. Ich habe alles schon miterlebt. Ich habe den Anfang vom Season Pass miterlebt und das Ende vom Season Pass miterlebt. Ich habe Pay-to-Win miterlebt, beziehungsweise Mikrotransaktionen miterlebt, als es eingeführt worden ist. Ich habe Spiele gesehen, die Pay-to-Win sind. Ich habe Free-to-Play-Spiele gesehen, die absolut Pay-to-Win wurden. Oder auch Vollpreisspiele, die ein bisschen ähnlich wie Pay-to-Win sind. So und jetzt ist Star Wars Battlefront 2 angekommen. Die Leute hören sich irgendwelche Statements an, irgendwelche Sachen Hate gegen EA, gegen Star Wars Battlefront 2 über das Pay-to-Win, das Loot-System und glauben das dann direkt. Weil die Leute sagen, hey, man kann sich das erkaufen. Aber Leute, warum macht ihr nicht eure eigene Meinung, eure eigene Erfahrung? Das ist die Sache, die viele nicht verstehen. Wie ich zocke jetzt Star Wars Battlefront 2, heute ist der dritte Tag, zocke ich durch. Ich bin schon Rang 15 und habe alles gesehen und weiß, wie das abläuft. Man bekommt pro Runde 300 Credits. Eine Kiste kostet 1.100 Credits. Ist das jetzt Pay-to-Win? Was kann man ziehen überhaupt? Man zieht Sternkarten, so wie grüne Sternkarten, ungewöhnliche Sternkarten, seltene Sternkarten oder epische Sternkarten, die man dann craften kann. Ja Leute, aber es ist 0 Pay-to-Win und ich sage euch mal warum. Ich sage euch mal warum es ist 0 Pay-to-Win. Alles was ihr dort macht, könnt ihr auch, also alles was ihr kauft, könnt ihr auch frei erspielen für 0 Euro. Und das System Leute, Season Pass, es hat sich einfach wert, dass es nichts bringt. Doch was passiert als Entwickler? Als Entwickler arbeitet man trotzdem an seinen Spielen, man macht Updates. Man bringt kostenlose DACs raus, kostenlos. Und die Leute wollen dafür keinen einzelnen Cent bezahlen. Okay, aber wie können wir diese Arbeiter, die für uns Spiele machen, dann bezahlen, wenn alles kostenlos ist? Wir bezahlen ihr Spiel, bekommt 70 Euro ins Spiel, haben damit Spaß. Dankeschön, das war es mit dem Spiel. Aber zusätzlich ein Inhalt, der muss bezahlt werden. So, und wenn wir schon 0 Euro bezahlen, wenn wir schon 0 Euro bezahlen für ein Spiel danach, für die kostenlosen Sachen, die danach kommen, sollten wir mega dankbar sein. Und es ist ein Mikrotransaktionssystem gekommen, zu EA Star Wars Battlefront, dass sich Leute auch Kisten kaufen können und somit auch das Spiel unterstützen. Man muss es aber nicht tun. Man muss 0 Euro machen, man zieht trotzdem epische Sachen, also man craftet sie trotzdem. Man kann sie trotzdem bauen. Leute, das ist einfach 0 Pay-to-Win. Ich habe selber gezockt, ich habe mehrere Spielstunden, ich habe Leute gesehen, die haben 0 Euro ausgegeben. Ich habe selber am Anfang 0 Euro ausgegeben. Pay-to-Win heißt bezahlen, um zu gewinnen. Doch wenn du einfach normal ein guter Spieler bis Skill hast, dann gleichst du das aus. Es ist scheißegal, ob dir das auf episch hat oder nicht in der Sternenkarte. Ob er eine epische Granate hat. Wow, dann springst du halt weg oder läufst halt weg oder machst halt dein Schild an oder sowas. Also dann Kampfschild, dass du nicht so viel Scham bekommst. Es gibt immer Mittel und Wege. Dann schmeißt du auch vielleicht eine Granate, die du auf selten hast, für 0 Euro. Es ist doch egal, dann kannst du es selber noch craften, weil man Punkte bekommt. So durch die Kisten, Leute, die ihr zieht. 400 Punkte. So. Wie viel waren das? 400 Punkte? Nein, das sind so 300 Credits. 1.100 Kosten, eine Hellenkiste. Die zieht ihr und dann bekommt ihr Sachen. So diese Sachen rüstet ihr aus. Ihr habt 0 Euro bezahlt. Pro Runde 300 Credits. Nicht immer, manchmal weniger, manchmal mehr, natürlich. Aber das macht ihr dann selber. Und jedem ist selber das überlassen. Wenn ihr kostenlose Sachen wollt, wenn ihr DACs wollt, das müsst ihr dann trotzdem nicht holen. Aber ihr müsst euch eigentlich bei den Leuten bedanken, die sich das Spiel finanzieren. Denn die Leute arbeiten, machen für uns Spiele. Wo sind wir denn angekommen, dass Leute arbeiten gehen und dann kostenlos einfach irgendwas machen, dafür nicht bezahlt werden, für eine Arbeit. Die arbeiten, die machen ein Spiel für uns kostenlose Inhalten. The Last Jedi kommt nächsten Monat. Wir kriegen es kostenlos. Wir sollten uns mega freuen und uns einfach über das Finanzierungsprogramm freuen. Dass Leute auch mal Geld dafür ausgeben, weil da müssen wir nicht bezahlen. Also ihr müsst nicht bezahlen. Ich habe Geld ausgegeben, damit ich schon mal richtig gute Sachen habe und das euch zeigen kann und selber meine Erfahrungen machen kann. Ich möchte gleich das Beste haben und dafür gebe ich Geld aus. Ich gehe arbeiten dafür und gebe Geld dafür aus. Das ist meine Entscheidung. Und jeder ist für sich. Manche müssen 0 Euro ausgeben, haben trotzdem alle Sachen. Es ist doch sowas von logisch. Ich verstehe nicht dieses Problem, dass die Leute jetzt schreien, Star Wars Battlefront 2 Pay to Win. Es ist 0,0% Pay to Win. 0,9%. Pay to Win heißt bezahlen, um zu gewinnen. Ich habe jetzt bezahlt. Meint ihr, ich hole jetzt jeden weg, also der, weiß ich, nicht bezahlt hat? Jemand, der auch richtig gut in dem Game ist, der wird mich auch töten. Der wird auch die Runde gewinnen. Ein Team, das nicht bezahlt hat, gegen ein Team, das bezahlt hat, wird auch mal gewinnen. Nicht auch mal, sondern gewinnt auch. Das ist locker easy. Das ist einfach nur Skill. Denn Skill kannst du nicht durch erkaufen. Das kann man nicht erkaufen. Und das ist halt das Ding, was viele nicht verstehen. Man hat zwar diese Sachen, aber das ist ja zum Beispiel eine verbesserte Sternkarte, die dann eine Sekunde länger hält. Wow. Es ist einfach nur wow dann. Es ist nice to have, aber man braucht es nicht. Man muss nicht Geld dafür ausgeben. So wisst ihr, wie ich meine? Und ich habe Geld ausgeben, weil ich alles haben wollte. Ich möchte schon alles, meine Klassen verbessern und so, weil man steigt der Ränge auf, wenn man die Kisten, wenn man bessere Sternkarten hat. Dann steigt man im Klassenrang auf. Und ich verstehe das nicht, Leute, warum ihr dann sowas macht. Ich kapiere es nicht, echt. Weil, wenn es Leute gibt, die das haten, es tut mir leid. Ich werde EA noch mehr Geld jetzt reinstecken, reinpumpen. Weil das hilft denen. Damit bekommen die Leute, die mich feiern, kostenlose Sachen, die auch selber Star Wars Battle von 2 zocken. Und wenn ihr auf Leute hört, die, weiß es nicht, 600k Abos haben und dann irgendwelche Hate-Videos gegen EA machen. Und ihr seid dann selber so Beef-Zuschauer oder Beef-Abonnenten. Keine Ahnung, wie man das nennt, so Hate-Abonnent. Dann seid ihr nicht herzlich willkommen. Es ist so, es ist so. Ich muss mich davon distanzieren, von solchen Leuten, die einfach alles glauben und sich nicht mal das System so überlegen und sagen, hey, der Typ geht hier arbeiten, der sollte dafür bezahlt werden. Es ist doch logisch. Ich gehe arbeiten, wenn ich nicht bezahlt werden würde, ich würde da gar nicht mehr arbeiten gehen. Und die Leute, wenn die nicht Geld dafür bekommen für DLCs, die würden keine DLCs mehr bringen. Das Spiel kommt raus und tup, das war's. Nicht mehr neue Ränge, keine Updates, keine DLCs, gar nichts mehr. Wir sollten uns richtig bedanken bei den Leuten, die dafür Geld bezahlen. Und ich werde trotzdem EA und Star Wars Battle 2 trotzdem supporten. Ich bin der Nummer 1 Star Wars Fan, kann man sagen. Und ja, Leute, falls ihr meine Meinung seid, könnt ihr eine Bewertung nach oben geben. Weil falls ihr überhaupt gar nicht meine Meinung seid, dann Daumen nach unten. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Leben. Aber das war's dann. Sucht euch einen anderen Star Wars YouTuber, weiß ich. Weil ich werde hier das machen, was ich für richtig halte. Und die Leute bezahlen, die auch dafür arbeiten. So, Leute, kostenlose DLCs, dank den Leuten, die dafür bezahlen. Ich bin raus, haut rein und bis zum nächsten Mal.